Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Heute werden wir darüber sprechen, dass ja einige von euch und auch hier Bekannte von mir betroffen sind bezüglich Strom- oder auch Gasvertrag, die einfach gekündigt wurden, wo nicht mehr geliefert wurde und die dann in die Grundversorgung gerutscht sind und dadurch natürlich exorbitant deutlich höhere Preise zu bezahlen haben und aktuell auch noch in dieser Situation drin sind. Das muss man natürlich dazu sagen. So und dementsprechend geht es hier bei dem einen oder anderen um viele, viele hundert Euro und ich denke mit meiner Reichweite habe ich irgendwo auch so eine gewisse Verantwortung und sehe mich in dieser Verantwortung, sodass ich dieses Video hier mache, um darauf hinzuweisen, was habt ihr jetzt für eine Möglichkeit dagegen vorzugehen, weil das ist meiner Meinung nach absolut nicht rechtens. Und hier gibt es insgesamt drei verschiedene Wege. Die erste Möglichkeit, ihr wendet euch direkt an einen Anwalt und sagt, der soll diesen Schaden, den ihr habt, weil ihr habt normal, ich sage jetzt einen Betrag von 25 Cent pro Kilowattstunde Strom, jetzt seid ihr zum Grundversorger gewechselt worden quasi und seid bei dem auf einmal, machen wir es mal wenig, 50 Cent pro Kilowattstunde. So, diese Differenz von den 25 Cent pro Kilowattstunde muss ja irgendwer bezahlen. Im Endeffekt ihr, aber ihr könnt euch gegebenenfalls einen Teil davon wiederholen. Die erste Möglichkeit, wie gerade gesagt, ihr geht direkt an den Anwalt, habt natürlich die Anwaltskosten, alles mögliche zu tragen, gegebenenfalls erstmal in Vorleistung, je nachdem was dann, wenn es bis vor Gericht gehen würde, rauskommt, könntet ihr das natürlich wieder geltend machen. Ist die Frage, ob das vorstreckbar ist, ob sich das auch lohnt, wenn es da vielleicht um 100, 200 Euro geht und der Anwalt alleine kostet im Erstgespräch schon mal 100, 150 Euro. Das kann schnell passieren. Wenn ihr natürlich in einer Versicherung seid, die diesen Schadensfall übernehmen sollte beim Anwalt, dann kann man natürlich darüber sprechen, dafür zu eurem Anwalt gehen. Das war die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist beispielsweise, man verkauft in Anführungsstrichen das Problem. Dieses Konzept verfolgt right now. Right now, so wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, ist eine Verbindung von mehreren Anwälten und die diese Verträge oder diese Probleme quasi aufkaufen. Die sind relativ bekannt geworden in Deutschland vor drei Jahren ungefähr, als die Situation bezüglich dem VWD-Sinn-Skandal war. Und ein Bekannter von mir hat sich da auch eingetragen, hat das auch mitgemacht, hat quasi seinen Schaden abgeschrieben oder in die verkauft und hat, ich glaube, 60 oder 70 Prozent von der erstrittenen Schadenssumme bekommen. Der Rest war Provision für die anderen. Er hat aber null Kosten, nichts damit zu tun, hat eine komplette Vollmacht für die Anwälte dort ausgefüllt und das ist für ihn sehr gut gelaufen. Also das wäre eine Möglichkeit, so dass ihr einfach auf die Webseite hier geht, sagt ihr, Strom- oder Gasvertrag wurde gekündigt und dann kann man diesen Anspruch oder wie es auch immer heißt, verkaufen. Dann kommt ihr auf die nächste Seite und dann wählt ihr euch entsprechend den Energieversorger aus, bei dem ihr wart oder den Energieanbieter und hangelt euch einfach durch das Menü durch und guckt, was da für euch Gutes berauskommt. Das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist auch noch interessant. Es gibt die offizielle Schlichtungsstelle Energie e.V., also ein eingetragener Verein. Schlichtungsstelle Energie, außergerichtliche Streitbeilegung, unabhängig und neutral, heißt es hier. Die Schlichtungsstelle Energie ist eine unabhängige und neutrale Einrichtung zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Energieversorgungsunternehmen. Sie wird gemeinsam getragen vom Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und den Verbänden der Energiewirtschaft. Das Schlichtungsverfahren ist für private Verbraucher kostenfrei. Also ihr habt da auch gar kein Risiko oder irgendwelche Probleme und ähnliches. Wenn ihr den Link hier anklickt, kommt ihr hier drauf und dann habt ihr die Möglichkeit, diesen Schlichtungsantrag auszufüllen. Ihr müsst natürlich einen privaten Haushalt, einen privaten Zweck, Strom oder Gas hier genutzt haben. Dann geht es hier um die Versorgungsart, was ist das Ganze und tritt eine der folgenden Optionen auf und so weiter und so fort. Und ihr müsst euch durch dieses Menü herangeln und tretet dann auch quasi in, ich sage mal in Anführungszeichen, Verhandlungen. Und teilweise, was man im Netz liest, sind schon verschiedene gute, attraktive Summen gezahlt worden an Entschädigungen. Weil wenn ihr direkt als kleine einzelne Person auf so einen Anbieter hinausgeht, hat die BILD auch beispielsweise berichtet drüber von einem Betroffenen. Der hatte gesagt, er hätte angeboten bekommen von seinem Energieanbieter hier 100, 110 Euro als Entschädigung. Nachdem er das Ganze dann über die Streitschlichtungsstelle hier gemacht hat, ist es auf 490 Euro auf einmal hochgesetzt worden. Das kannst du dir dann auch nicht mehr ausdenken, wenn da eine größere Macht hinter steckt. Ja, dementsprechend das hier, so mein Beitrag dazu. Nutzt diese Möglichkeiten, die es gibt, lasst es nicht verschenken. Meiner Meinung nach eine absolut bodenlose Frechheit, was hier hier in der letzten Zeit passiert ist. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Teilt dieses Video mit anderen Betroffenen, die so etwas auch erfahren haben und gegebenenfalls dagegen vorgehen möchten. Abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.